...um mich herum, die Beatsex. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Herr. Schönen guten Tag. Aus Berlin, aus Berlin. Ich muss auch drei Sachen ganz... Erstens, ich freue mich tierisch, dass ihr da seid. Zweitens, ich freue mich tierisch, dass es euch gibt. Und drittens, ich habe das Gefühl, es geht gerade richtig gut zur Sache und das freut mich noch mehr. Ja, das hört sich gut an. Tito, Tito, sag ich mal so. Ich freue mich auch, dass wir da sind. Ich freue mich auch tierisch, dass es uns gibt. Und so und so. Ich finde, mein Eindruck ist auf jeden Fall, dass es im Moment wirklich ganz gut losgeht. Viel gespielt habt ihr ja schon immer, aber jetzt mal so einen kleinen Abriss der letzten Wochen, Monate. Zweieinhalb Monate Tour. Deutschland, England, Amerika. Nee, also... Und jetzt machen wir halt Festivals im Sommer und schreiben fleißig an neuen Songs und ja, es geht halt immer so nach und nach, immer schön, jedes Treppchen vorwärts. Brothers and sisters, boys and girls, ladies and gentlemen, this next song is called Let Me In. Let Me In. Ich finde, für das Programm, was ihr gerade abfahrt, sieht er noch ziemlich fit aus. Warum? Weil wir uns fit halten. Peter hat auch den Spitznamen Mucki in der Band. Das ist Mucki Baumarten. Hallo, das ist Mucki, der Backliner. Ich bin Mucki, der Backliner. Und da drüben steht... Oh, tschuldigung, ich habe gerade mit der Anna hier, mit der Flora und vorne ein bisschen... Ja, aber warum jetzt, sag doch mal, warum siehst du denn gerade so gut aus? Ja, das ist ganz einfach. Wir... Wir... Das ist ja total einfach, so das Musikerleben. Man hat ja so zwischen den Mucken tierisch Zeit, kann Beauty Farms, Fitness Studios, kann mit Frauen, kann so... Hat total viel Zeit, man muss ja nicht weitermachen aus der Musik. Und jetzt schalten wir mal rüber zu meinem durchgeknachten Freakshow-Kollegen Ben Tewak. Bitteschön. Ich bin der Ben von MTV. Ja, und ich bin der Rainer von... ...zum Lehren da, als zum Poppen junger Studentin. Mal erlebt? Ja, ich selber bin auch schon mal angebaggert worden. Von dem Lehrer? Ja, sehr unangenehm. Ja, er hatte auch meinen Rock an, das war ein bisschen blöd wahrscheinlich. So mein... Mein... Was heißt das? Tutu? I went out with one of my teachers for a long time and it was a disaster. Oh, got to keep up burning, but they always have... Ring it out! Das Interessante an der Uni ist, wir sind zwar hier eigentlich wegen der Campus-Invasion, sie heißt ja eigentlich auch Invasion, aber wir haben überall Drehverbot. Und übrigens, bevor wir überhaupt... So, oder? War richtig, ne? Alles klar! Wir hauen einfach jetzt voll drauf! Nein, es stimmt überhaupt nicht. Ibn Bühlen, Doonals ist angesagt. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir uns endlich mal wieder sehen. Ich kann wieder klatschen. Du kannst wieder klatschen. Kannst du auch schon wieder trommeln? Nein, heute leider noch nicht. Ich habe gestern angefangen zu proben, weil mein Arm ja noch so kaputt gebrochen war. Und jetzt darf ich wieder proben und nächste Woche kann ich vielleicht wieder ein Konzert machen. Da guck ich es mal an. Da sieht man es. Das sind echt noch original die Narben. Tragischste Narben. Das heißt, heute Abend noch mal mit dem lieben Schlafzeuger von Thomp. Steffen, der macht so einen super Job. So ein netter Kerl. Und wir sind so froh, dass der wirklich zwei Wochen vor der Tour mit Millenkollin und Enderflag eingesprungen ist. Steffen, du großartiger, du Sexmensch. Let's go! Come on! Yeah! Berlin aus Berlin. Und natürlich Heather Nova, mein Seitenprojekt. Es ist hier zu laut. Komm. Okay, also jetzt ist es in der Tat ein bisschen zu laut. Außerdem wird Ingo gerade ein bisschen intim mit mir. Das finde ich tragisch. Wir wechseln mal kurz ins Catering und sprechen dann weiter. Ja, 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 ja! Ich bin im Backstage! Ich wollte doch auf dein anderes Talent, nämlich das Schreiben zu sprechen kommen. Und deshalb möchte ich dich darum bitten, mal in den blumigsten Worten zu beschreiben, was ist der klassische Langzeitstudent? Die Frauen sehen immer so aus. Die Frauen sehen immer so aus. Jeanshemd, so in die Hose gesteckt. Die Hose ist so eine Karottenhose. Hinten dran entweder eine Diddlemaus oder eine Tigerente. Und die finden es immer total geil, wenn Freiheit von Jürgen Maffei läuft. Oder wie das schon weiß. Ich glaube, spätestens nach Ausstrahlung dieser Sendung könnt ihr die ersten ernstzunehmenden Morddrohungen auf eurer Homepage wiederfinden. Alles klar. Aushebenbühren, der Eike, der Guido, Jan Dirk, ich nicht, nein, nein, ich nicht. Ingo und Alex, die Doonuts. Tschüss, macht's gut, bis bald, ja, bis schön. Nur am Sex. Nee, das stimmt nicht, das ist bei Musikern. Schafft nix, sagt man im Schwäbischen. Aus dem Grund sind wir auch dann Rockmusiker geworden, weil da ist das ziemlich ähnlich. Die schlimmsten sind auf jeden Fall die Verbindungen. Die Schwäbischen-Verbindungen, die gehen gar nicht. Ich denke, das schlimmste Klischee ist, die Studenten sind sehr selbstverständlich. Sie denken, sie wissen, sie wissen, sie wissen alles. Die machen immer so Partys und da müssen dann alle immer, die einen sind dann Primi-Mäuschen und die anderen sind Vivis. Die haben immer so ganz coole Namen, das ist alles top trendy. Und wenn man richtig Glück hat, ich bin mal auf sowas mitgesang, dann kann man auch kein Bier nicht mit Geld bezahlen, da kriegt man dann so kleine Plastik-Teddybären. Wow, und das ist dann bei den Künstlern so. Ja, ich hab hier nen Sokotronic. Was? Oh, ja. Was sind die typischen Klischees? Keine Ahnung.